In diesem Video erklären wir dir, wie man ein Wort schreibt. Das ist der Regen. Regen. Die erste Silbe heißt Re. Sie beginnt mit einem R. Re. Der Vokal, den du hörst, ist ein E. Re. Regen. Die zweite Silbe heißt Gen. Sie beginnt mit einem G. Gen. Die Endung mit dem Vokal, den du hinten hörst, ist N. E. N. Toll, dass du zugehört und mitgemacht hast. Und bis zum nächsten Mal.